Hey Internet, ich gehe mit meiner Laterne und meine wunderschönen... Wir sind zurück bei Amnesia, äh, Deductive and Custom Story. Und es sieht fast so aus wie in meinem Vorzimmer. Wenn die Igel sie blühen und die Leine sie roten, eine Droppe von deinem Blut, dann wird den Weg erheben. Ich habe 1000 Türen zur Verfügung, das freut mich. Dann nehme ich doch mal... ...die hier. In der ANU und draus pissen. Und es geht... ...die Archive, wunderbar. Na, nicht draus. Hallo? Ah, ziehen oder drücken, mein Freund. Oh, yes, Öl. Oh mein Gott, Gott sei Dank, Öl. Öl, 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 Öl. Ja gut, ich müsste nicht so viel verwenden, aber sonst... Sicher nichts, Joto. Shut up, Mr. Monster. Na, ah! Shh, 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 shh. Okay, zur nächsten Tür. It's stuck! No! No! Okay, wieder raus. Nichts. Wasser, Bücher, wie es sich in Archive gehört... Wahnsinn, wenn hier zwischen einem Buch irgendwas drin liegt, was ich brauche, dann drehe ich durch. Ich muss wahrscheinlich genau das eine Buch rausziehen, damit sich eine versteckte Tür öffnet. Oh, oh! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, god! Oh, Gott! Da! Du kommst doch nicht, oder? Du liest doch keine Bücher. Das spendet mir nicht genügend Licht. Hallo? Okay, der Weg ist frei. Jetzt aber schnell hier die Schubladen öffnen. Nichts. Sehr gut. Nichts. Wunderbar. Oh Gott, Maus. Nichts. Super. Oh yes. Puh. Nichts. 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 Ich kenne mich in meinem eigenen Willen nicht aus. Oh yes. Wenn es hier wenigstens irgendwas zum Antönen gäbe, wo ich Licht habe. Oh. What? What? No, no, no. No, 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 no. Hallo? Was zur Hölle war das? Ich hoffe, das war nicht direkt hinter mir. Okay, wer hat das Licht ausgemacht? Niemand. Das war gar kein Licht. Was zur Hölle war das? Okay, ich bin auf. Alright. Was zur Hölle? Okay, nicht. Okay. I have finally done it. I have opened a portal to another... Wieso? Oh, portal. Okay, was für ein verdammtes Ritual. Hm? Alright, the portal will open. Genau, du bist unwürdig, mein Freund. Ah! Fuck! What the... Boah! Das ging ins Höschen, beinahe. Boah! Meine Güte! Ey, wie kann das sein? Nichts drinnen. Ich bin Öl-Fanatiker. Okay, wegen dieser tollen Notiz... Hm, naja, gut. Ja, wie jetzt? Das kann nicht... Oh Gott! Weg, 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 weg! Woher komme ich her? Mach zu, mach zu, mach zu. Hoch. Hoch. Okay, das kann doch jetzt nicht sein. Von die Archive finden nichts. Okay, da komme ich raus. Und hier aber... Ist hier tatsächlich nichts? Oh Gott, ich habe sicher was übersehen. Verdammt. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Jetzt Duck. Das habe ich übersehen. Aber ich habe... Nee, ich habe... Okay, hauen wir ab. Gehen wir nochmal nach draußen. Vielleicht ist hier auch einfach wirklich nichts. Könnte doch sein, oder? Das ist dieses Level. Gehen wir nach oben. Wahrscheinlich muss ich hier noch zehnmal runter. Dort liegt sicher ein Schlüssel, denn ich brauche halt. Ja, hundertprozentig. West Wing. Vielleicht ist es in diesem Flügel etwas angenehmer. Nee. Nee, sieht nicht so aus. Das bringt mir überhaupt kein Licht. Halleluja. It's Duck. Oh Gott. Geradeaus weiter. Geradeaus weiter. Wunderbar. Ist da aktuell ein broken lock? Ich bin auch wieder auf eine runde Öl. Mr. Monster. Wie, keine Notiz. Verdammt. Öl. Oh Gott. Es ist Fitz da. Nichts. Nichts. Halleluja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich mache Fortschritte ohne Ende. Keine Notiz. Nichts zum Nehmen. Oh. Shut up. Oh no. Oh no. Ist überhaupt jemand hier? Nee. Wenn er jetzt im Bett liegen würde. Ich hätte mich so ange... Pist. Nichts. Nichts. In der letzten. Natürlich auch nicht. Okay. Habe ich die jetzt aufgemacht? Schon. Dabei auch nichts drin. Exakt. Wunderbar. Sagen wir mal, dieser Flügel regt mich auf. Wo komme ich jetzt her? Hier komme ich her. Ich mache mal hier kurz. Ein Licht, was mir überhaupt nichts bringt. Hier ist nochmal broken lock. Okay. Kann ich das nicht aufschlagen? Einfach. Einfach ausschlagen. Mach doch. Hier. Okay. Quatsch. Natürlich geht das nicht. Hallo? Okay. Aha. Notiz. Ist doch es lockt. Find the key in the west wing. Äh. Ich bin im west wing. Ich bin im west wing. Ich bin im west wing. Blood of it twisted. Okay. Kann ich am portal öffnen. Ein item is placed. Okay. Und das auch noch. Und ein Schlüssel. Halleluja. Gott sei Dank. Super. Ich habe... Okay. Keine will. Okay. 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 Mr. Monster, gib mal den verdammten... Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch... Was gibt es denn hier nirgends Licht von... Verdammt! Ich gehe mal hier entlang. Oh, was soll mir schon passieren? Ah, so ein Monster. Oh, oh! Dreh mir nicht durch. Dreh mir nicht durch, mein Freund. Was kann ich dafür verwenden, weil ich kein Öl mehr habe? Öl? Wahrscheinlich buxen dich nicht. Aha! Von einem anderen Raum. Aha! Ich wusste, ich muss ein Buch nehmen. War... hab ich... ich... Gott! Ich weiß nicht, warum, aber ich habe den Zwang, diese Dinge aufzumachen. Ja, ich versuche es immer wieder, ja. Okay, ich habe dein Buch bewegt. Gut. Wo hat es mir das Ding geöffnet? Okay. Nichts drehen. Nichts drehen. Und... Nichts drehen. Wunderbar. Aber hier. Nichts drehen. Perfekt. Perfekt. Okay, noch mehr Schubladen. Okay. Wozu diese Kommoden? Wozu? So. Mann, bleib ruhig. Was habe ich denn? Ich habe... Ich habe... Naja, das ist nur für die... Okay. Okay. Wenn du mir durchdrehst. Okay, das sieht doch schon gut aus jetzt. Oh, yes. Wie geht es mir überhaupt? Ein bisschen Kopf her. Few cuts. Ja, okay, das funktioniert. Geht aber. Geht aber. Das... Nervt mich. Bleib offen. Bleib offen. Geh offen. Uh. Okay. Noch einmal. Gut. Dankeschön. Oh. Eki. 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 Oh shit. Wo? Ich lasse mich nicht nochmal verarschen von dem Geräusch. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich weiß, dass jetzt niemand kommt. Hätt auf. No box. Nichts. Ah. Eki. Eki. Ah. Okay. Lass uns von hier abbauen. Klar sollte sein, dass ich keine Ahnung habe, wenn ich da jetzt wieder zurückkomme. Oh shit. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh mein Herz. Oh ne. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Du musst nur... Oh Gott. Oh Gott. Nimm das. Also Doppelklick. Also Doppelklick. Oh Gott. Oh Gott. Das hat mir überhaupt nichts geholfen. Die Steuerung ist gleich bescheuert. Oh shit. Das war doch nur... Alles wird gut Daniel. Alles wird gut. Ah da... Hier. Hierher. Der Schlüssel zum Glück. Der Schlüssel zum Glück. Komm schon. Komm schon. Zacken, dass der Schlüssel hier passt. Yes. We did it. What? Mach hier mal Licht. Shut up. What? Mach kein Quatsch. Mach kein Quatsch. Ich... Wir sind jetzt im nächsten Part von... Ah. Der Motte. Ich muss mich hier mal kurz regenerieren. Danke fürs zu sehen. Tschüss.